Es handelt sich hier um eine Superzelle mit sehr hoher Niederschlagsmenge. Oh nein, ist es dir schon wieder rausgefallen? So besser? Was machst du, wenn eine Wache uns eine Tornado-Warnung schickt? In den nächsten Stunden erwarten wir eine Anzahl schwerer Stürme. Wirklicherweise könnten wir schon heute Mittag mit einem Tornado rechnen. Unglaublich. Macht dir darüber keine Sorgen, wir überstehen das. Wir haben immer alles überstanden, dann überstehen wir das auch. Gibt es neue Informationen über bestimmte Städte? Es trifft uns. Das ist eine Tornado-Warnung. Ich möchte, dass ihr sofort mit den Vorsichtsmaßnahmen begebt. Rainer, Rainer, schnell! Das ist eine Tornado-Warnung. Das ist eine Tornado-Warnung. Leute, das hier ist eine außergewöhnliche Warnung. Die Leute sollten aufmerksam und vorbereitet sein. Anna! 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 Kommet sie so far aus! Dann nero! Kommt alle nicht. Frank me! Mom! Komm! Das ist eine Tornado-Warnung! Ah!